Straßmusik! Schade, er singt gerade nicht. Da können wir ja berichten. Also die Franzi hat jetzt schon Schuhe. Sehr gut. Andersrum. Ja. Nicht schön, aber funktionell? Ja. Braucht man nicht. Es ist echt frustrierend, wer hätte gedacht, dass in Kanada es so, so schwierig ist, sich Wanderschuhe zu besorgen. Unglaublich. Ja, also wir machen jetzt nochmal einen neuen Schlachtplan, während wir dem Musiker zuhören und uns gleich einen Donut kaufen. Was wir denn jetzt machen, denn ohne Schuhe ist schlecht. Ich muss jetzt auch mal singen. Naja, jetzt geht's los. Ah, Beatbox macht er. Musik. 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 Musik Musik.